War die Master Suite quasi, wenn wir hier gearbeitet und, beziehungsweise unsere Eltern hier gearbeitet und gelebt haben, war das dann einfach hier unsere Hood? Hier die Eltern geschlafen, eine Couch mit Fernseher und das hier unser Zimmer? Ich glaube ja, ne? Also vermietest du ja ein Zimmer nicht. Wir mochten wohl gerne Einhörner. Ui. Where are, where's the glass? Wie will der Anwalt dann noch so schnell hierher kommen bei dem Wetter? Hm. Okay. Hier reingucken? Ne. Eh was. Also Strom ist auf jeden Fall und hier brennt auch über Licht, finde ich das ein bisschen komisch. Weil hier ist ja niemand außer uns, oder? Habe ich irgendwas verpasst? So, der Schlüssel. Oh, hier ist noch. Ach, das Bad. Das ist aber eigentlich schon mit Katze. Uuh. Uuh, da hat einer nicht abgespült. Kein Wunder, es gibt ja auch nichts zum Spülen. Ist das da zum Spülen? Dreht man da dran, drückt man da drauf? Keine Ahnung. Tabletten. Schönes Gesicht. Boah, mit Badewanne. Gut, die hat bessere Zeiten gehabt. Aber ganz ehrlich, hier so drin und dann draußen. Ist eigentlich schon schön. Winston. Reinigungsmittel. Achso, das ist wieder das Reinigungsmittel. Waschmittel-Chinny-Super-Loot. So, Schwamm. Öh, achso. Der ist von unten gelb. Noch mehr Reinigungsmittel. Gut, das brauchen wir jetzt nicht alles angucken. Auf der Katze geht's gut. Oder die lebt inzwischen vielleicht auch nicht mehr. Ähm, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Feuerzeug? Brauchen wir nicht. Testament und Jenkins-Brief. Okay. Hier haben wir das Nicole Wilson. Das ist dann folgende... Na, na, na. Wenn ihr wollt, könnt ihr lesen, ne? Einmal kurz Pause drücken. So, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Hier auch nirgends Schlüssel. Wo Schlüssel? Vielleicht auch hier. Okay. Space-Back-Hole. Hier waren... Spieluhr. Okay. Sehr viele Bücher. Also irgendwas und... Viele Kippen. Kippen und Bücher. Sind wir das? Vielleicht eine kleine Nervensäge. Das sind dann wohl wir. Oder die Geliebte von unserem Vater. Nein, das wäre nicht so gut. Oh, cool. Alles cool. Ist das hier so ein kleiner Technik-Abstellraum? Nur, wo ist der Schlüssel? Bin ich blöd? Wahrscheinlich bin ich schon wieder fünfmal vorbeigelaufen, ne? Äh... Wo soll denn der sein? Ich kann ja hier auch nichts öffnen. Hier ist kein Schlüssel. Nicht weggeräumter Teller. Spring-Theory. Okay, also der war auf jeden Fall, äh... Weltall interessiert. Boah. Boah. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Boah. Ist natürlich bitter. Ja, die Außenwände, ne? Man kennt es. So, ich hätte jetzt gerne mal den Schlüssel gefunden. Weiß leider nicht, wo der sein soll. Guck nochmal hier. Mr. Jenkins hat gesagt, dass er den Hausmeisterschlüssel in der Master Suite gelassen hat. Und wie kann ich das hier jetzt wieder wegmachen? Das würde mich einfach mal interessieren. Mit Kuh. Nee. Eigentlich nur durchblättern. So. Nochmal. Zack. Master Suite. Okay, muss jetzt... Es muss doch eine Taste geben, um das wegzumachen. Kann doch nicht jetzt jedes Mal so machen. Gucken wir mal gerade in den Einstellungen. Digga, ich bin der größte Idiot der Welt, oder? Einfach wieder auf M. Also manchmal... Da weiß ich auch nicht, was mit mir los ist. So, jetzt nur noch mal ganz kurz zur Verständigung. Verständigung. Das hier ist die Master Suite. Und dann hat er den Schlüssel hier gelassen. Ich würde auch irgendwie gerne ein Messer nehmen. Äh, warte, interessiert mich nicht so. Paket. Irgendwie würde ich da gerne reingucken. Das Ding ist noch ein Schwamm. Super. Oh, soll der Schlüssel sein? Kann doch nicht wahr sein, wenn ich so blöd... Weil er den bei uns ins Zimmer gelegt hat, hat er. Das ist der Manager's Key, die meine Mutter mir nicht geben würde, als ich klein war. Hm. Ich werde eine Master Key für die Gastgeberin, also. Äh. Bei uns im Zimmer? Was ist das, Herr Joe? Hallo? Kannst du mich hören? Ist das Frau McGrath? Wilson. McGrath war mein Vater. Äh. Äh. Das ist, ähm. Helena Federal Emergency Management Agency. Mein Name ist, äh, Irving Crawford. Mr. Jenkins told me you'd be arriving. Ugh. Mr. Jenkins is a very enterprising man. Oh. I-I-I guess so. I-I wouldn't know. I'm kidding. Oh. Right. Any reason for your call, Irving, from Federal... Whatchamacallit? I'm calling to assist you during your stay at the hotel. What? The Timberline is old but sturdy. You'll enjoy your stay. And be safe, no problem. Uh, the furnace, wiring, it's all under control. Oh, okay, enough. What? I don't know what Jenkins told you, but I have zero intention of staying here longer than, let's say, 20 minutes. Oh. B-but, but the storm? Yeah, it doesn't matter. I'm leaving straight away. Maybe you're not aware of that. Thanks for everything. Irving, right? Irving. Yeah. I-I-you... Bye. Okay. Ich dachte, es passiert irgendwas, aber es kam einfach nur Balken rein. gefahren, hätte ich auch da bleiben können. Was ist die denn so abgefuckt, Alter? Checkt die nicht, was draußen abgeht? Die kommt hier nie wieder weg. So. Oh ja, es wundert mich jetzt nicht so sehr, muss ich sagen. Was war denn das? Oh. Wo sind wir denn hier? Ach, das ist quasi so zum Schönen für die Leute. Das ist ja so. Hey, you still there? Irving? Huh? Oh, yeah. I'm still here, Miss McGrath. I-I mean, Miss Wilson. When you said this shack was sturdy... Oh, that's what I was trying to tell you before. Around these parts, the weather... How much time do I have to move? Ah, uh, the snow piles up pretty quick and... Some parts over 3000 feet are already icing over. I gotta risk it. Uh, you're not thinking of taking the car. Wie kann ich denn entsche- Wie kann ich denn entscheiden, was ich sagen will? Links-Stick-Rechts-Stick vielleicht. We can't come get you. Not even with tanks. Whatever happened to Miss Wilson. Oh, sorry about that. I-I just... Nicole is fine. That said, thanks for everything. Again. Thanks. Seriously. If you ended up out there with your car gone dead, with 12 inches of snow and 20 degrees below zero, your lungs would collapse in a few minutes. I remember how things work in the mountains. Luck doesn't exist. As a FEMA-Agent, I have to insist... You know, you're not the first man. To-to do what? To try and stop me. Hey, uh, wait! Bye! Ganz schön, Mama. Ich dachte, hier geht's wieder runter. I have a 1986 Dodge. Ich hätte... Eigentlich wollte ich das nicht sagen. Aber ich wusste nicht, wie ich das andere ausführen kann. Hier ist es sehr dunkel. Ich gehe mal davon aus, wir sollen hier lang, ne? Aber eigentlich gehe ich jetzt einfach zurück. Ich gehe jetzt einfach mal zum Hausmeister-Räumchen, ne? War, glaube ich, das, was wir direkt gesehen hatten am Anfang, oder? Äh, äh... Hier, Exit. Wo war'n das hier, ne? Da kommen wir von hier aber gar nicht rein, oder was? Aber... Ist das nicht der Raum? Locker, ich bin grad selber leider nicht sicher. Caretaker heißt doch Hausmeister. Oder? Gucken wir erstmal hier. Danger, Boiler Room. Mann, ist das riesig. Oh, okay. Boah, das ist ja riesengroß hier. Ist das der Keller, oder was, ne? Gott. Ne, da ist der Keller. Wo sind wir dann jetzt hier? Ich verlaufe mich doch direkt. Diese Geräusche sind auf jeden Fall zum Glück nicht unberuhigend. Ah. Jetzt sind wir hier. Ist aber nicht der Raum, in dem wir sollten. Zur Skiroute. Auch hier kommen wir nicht raus. Okay. Na, aber dann sind wir auch mal hier gewesen. Kann man sich scheinbar Skier leihen und dann so ein Ding, oder? Die Türen wieder zu. Da will ich nicht mehr lang. Hätte ja auch gleich hier lang gehen können. Wo geht's hier hin? Ich will nicht in den Keller. Ach so. Dann sind wir wieder hier. Okay, dann ist das vielleicht der Raum. Äh. Boah, wie cool. Ich seh nur leider nichts. Aber cool. Arcade-Spiel? Nice. Das ist so ein Fun-Room. Ja, aber sehr klein, oder? Geh mal. Gamer Room. Ne, Game Room. Geh mal wieder raus, weil... Äh, ich seh nix. So, wir wollen zum Care-Tag. Wie heißt das Care-Tag? Ich bin mir grad nicht mehr sicher. Storage. Jetzt können wir auch langsam überall rein. Das war quasi eben so Tutorial-mäßig noch. So, ich mach trotzdem zu. Da ist noch zu. Gut. So, Office. Wissen wir mal, wo es hingeht. Ich gucke nochmal auf die Map. Hol das Auto und verschwinde von hier, bevor der Sturm losgeht. Ach so. Ich soll gehen? Das war für mich gar keine Option eigentlich, um ehrlich zu sein. Aber ich hab das ausgewählt, deswegen muss ich es jetzt wahrscheinlich auch machen. Ja, das machen wir mal lieber zu. Verstehe, wir sollen zurück zum Auto. Oh. 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 Ja, genau. Es ist eine Direktlinie. Ich kann nicht meine Fahrzeuge finden. Meine fucking Fahrzeuge. Ich lasse sie auf dem Seat. Du sicher? Ich denke so. Vielleicht jemand... Nein, hör mal. Dieses Haus ist etwa 12 Kilometer von der Hotel As the Crow Flies. Es ist 40 Kilometer von der Straße. Es gibt nichts oder einen in-between. Und das ist nicht eine gute Sache. Verdammt, ich wusste es. Vielleicht die Fahrzeuge sind in deinem Kopf. Wow, das hat mich überhaupt nicht überrascht. Ich versuche nur, um zu helfen. Ja, das war ein bisschen bitteschön. Kein Problem. Die Chancen werden aufhören. Die gute Nachricht ist, dass wir diese neue... ...Cell-Phones haben. Das ist das, was sie nennen. Radio ist nicht da rausgekommen. Ich habe das Signal überprüft, um eine direkte Linie durch eine短-Wave-Sequencer zu schaffen. Es ist wie eine 2-Way-Radio-Station, die immer öffnet. Oh, dieses Ort. Ich versuchte, dass ich nie zurückgekommen bin. Der war ein bisschen... Achso, du musstest. Ich könnte nur eine Lied sein, aber... ...ich erinnern, ich bin hier für dich. Wenn du mich brauchst, kenne dich. Geräuschlich. Oh, gut. Nein. Mhm. Mams-Auto, auch kein Schlüssel. Ja, Schlüssel finden, oder was? Muss die Tür zur Garage aufbekommen. Hoffentlich funktioniert das. Äh, ja, bestimmt funktioniert das. Was? Was? Ich kann nicht die Garage-Tür nicht öffnen. Es ist eine Verschwörung, Tevitt. Das Ding mit der Schraubung. Ich muss hier rausziehen. Ich bin nicht sicher, ob du es verstehst. Schau. Ich habe hier zehn Jahre vor zehn Jahren verlassen. Ich hatte keine Ahnung, dass ich hier zurückgekommen muss, nur eine Nacht zu bleiben. So, wie kann ich jetzt... Ah, mit... Ah, okay. Okay. Dieser Gesprächspartner ist mir suspekt und... die ganze Situation hier auch. So. Wir haben jetzt immer da stehen... Ja, okay. Keine Checkliste. Dann nehme ich das zurück mit. Wir haben jetzt immer da stehen, was wir machen sollen. Ich gehe wieder hoch, ne? Also, hier unten kann ich nichts verdienen. Hey! Äh... Hast du irgendwas mitwendig gefunden? Nein. Keine Chancen. Keine Garage-Tür. Ich kann nicht hier raus, ohne zu kreisen. Oh Gott! Es ist wahrscheinlich nur für eine Nacht. Die Konditionen könnten morgen besser werden. Sie könnten? Schau. Ich werde all den Tag auf der Arbeit sein. Telefon mich, wenn du willst. Auch... nur um zu sprechen. Okay. Oh... Dankeschön, Irving. Just... doing my job. Das ist so groß hier. Ja. If I may. What? I'd like to give you some advice. If it comes with a job... You're safe up there. Just relax. It'll be fine. Okay. Later. Hm. I can't believe it. I'm stuck. Shit! Pig. Ist doch nicht Pig. Tag... Hä? Okay. Tag 1. Was passiert denn jetzt? Hallo. Ich wollte mich hier umgucken. Bin ich schon wieder zu früh rumgerannt, oder was? Ja. Kann ich ja gerade mal einen Schluck trinken. So ein Ding ist das hier in der Schimmelbude gepennt. Hallo? Sie wissen, dass nicht jemand da ist seit... Leonard's Todes. 5 Tage ist nicht so viel. Aber das Timberlein hat die Erhäusein. Ich weiß nicht. Wenn ich hier war, ich war nur ein Kind. Ich kann nur die Zauberen finden. Man kann das gut ein Gefühl. Wisst ihr, wir haben schon viele solcher Spiele gespielt und Leute am Telefon, die immer erreichbar sind und sich um uns kümmern, sind meistens kein gutes Zeichen für unsere Psyche. Und ich weiß, wo die Elektronik ist, hier unten, ne? Geh ich jetzt einfach mal hin. Hier haben wir die Boiler. Ich meine, das war hier in der Garage der Raum, oder? Das ist jetzt schon... Haben wir jetzt schon eine Nacht gepennt, oder nicht? Da kommen wir nicht rein. Irving? Es ist mir wieder, natürlich. Ich kann wirklich eine Schaube nutzen. Eine Schaube? Du musst einfach die Schaube auf die Schaube nutzen. Oh, meine Mutter hat mir nie gehört, aber ich liebte diesen Ort. Full of little Spiders. Mh, cool. Never enough, Irving, meinst du jetzt, ich? Meine gespaltene Persönlichkeit, welchen Trauma ich als Kind gekriegt habe von den Vergängen. Und den Vergigen meines Vaters? Well, I don't expect a five-star menu. Oh, really? You could survive for months with what's in the pantry. Let me guess. Canned beans, right? Bean soup, baked beans, potatoes and beans, bean broth. Starving suddenly seems like an acceptable option.